Zufallsgenerator gefällig? Schnapp dir einen Spender, platziere daran einen Trichter und lege in den Spender ein Holzschwert und ein Item deiner Wahl. Platziere nun einen Komparator und zwei Redstone. An das Redstone nochmal verstärker und hinter den Spender ein Block mit einem Knopf. Jedes Mal wenn du den Knopf betätigst, wird nun ein zufälliges Redstone-Signal ausgegeben.